Hier sehen Sie die Alu-Trittschallfolie, die haben wir jetzt über dem Parkett verlegt. Trotzdem kommt hier von unten noch extrem viel rein, dann muss man noch eine zweite Schicht anbringen. Dann die zweite Schicht darüber und dann reicht es. Machen Sie die erste Schicht, die erste, reicht kein. Und der zweite. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020